Wir zeigen hier das industrielle Security Testing Framework ISO-Test, mit dem man industrielle Geräte automatisiert auf Schwachstellen untersuchen kann, damit die der Hersteller verheben kann, bevor die im Angriff durch einen Angreifer ausgenutzt werden können, der damit im schlimmsten Fall die Produktion komplett zum Stillstand bringen könnte. Wir als Unternehmen StormShield präsentieren hier unsere Firewall-Lösungen, die für den Bereich OT-Sicherheit speziell angepasst worden sind. Durch unsere IPS-Engine haben wir die Möglichkeit, die Protokolle tiefgehend zu analysieren und dadurch die Unternehmen gerade im Bereich der Energieverwaltung oder in der Wasseraufbereitung vor Angriffen zu schützen. Dieses Köfferchen, was hier unter Verschluss ist, was auch sinnlich dafür steht, wenn man denn tatsächlich es schafft, in ein Unternehmen einzudringen, dann ist so ein Koffer unser Safety Kit. Das haben wir dann im echten Leben in viel größer und unser Incident Response Team rückt dann mit diesen Koffern aus, um Hilfe zu leisten vor Ort und hat alles an Bord, was es braucht, um bei einem Cyberangriff zu helfen. Die stehen exemplarisch für alle Fabrikanlagen, die Cyberangriffen ausgesetzt werden. Diese Cyberangriffe können wir erkennen, wir können den Cyberangriffen entgegenwirken mit unserem Edge-Device und wir können durch unseren Secure Messenger auf diese Angriffe reagieren und gleichzeitig sehr schnell alarmieren. Wir sind Exzellenz, wir machen Industrie 4.0 Monitoring. Wir haben eine Network-Solution, das kann man suchen für Anomalies auf die Netzwerke, aber wir haben auch die OT-Size, wir machen OEE, so man kann die Daten von Operational Technologien sehen, wir sehen, Anomalies auf beide Seiten, um zu helfen, zu helfen Unternehmen zu machen mehr mit der Daten und zu sehen, Faults, Failuers, etwas, das kann Disrupten ihre Operation.